Patschepsuts Architekt hieß Sehnenmut. Angeblich war er auch ihr Liebhaber. Sie verlangte von ihm einen Tempel, der die Nachwelt in Erstaunen versetzen sollte. Er enttäuschte sie nicht. Kein Baumeister im alten Ägypten hatte mehr Sinn für Dramatik als Sehnenmut. Drei perfekt proportionierte Terrassen erheben sich aus dem Talboden und scheinen mit den aufragenden Felswänden zu verschmelzen, die den Tempel umgeben. Sorgfältig darauf abgestimmte Rampen verbinden die Terrassen. Statuen der Königin standen überall. Und im weichen Licht der Wüste bei Tagesanbruch und Dämmerung leuchteten die Tempelsteine magisch, wie um in Ewigkeit von Hatschepsuts Heiligkeit und Größe zu künden. Aber Ruhm kann vergänglich sein. Hatschepsuts Einfluss auf diesen wunderbaren Tempel war von kurzer Dauer. Die Arbeiten an diesem architektonischen Meisterwerk begannen im siebten Jahr von Hatschepsuts Regierung und dauerten dann noch 15 Jahre. Da der Tempel ihr zu Ehren gebaut wurde, findet sich ihr Bild überall. Hatschepsut als Pharao, Hatschepsut als Gott Osiris. Ihr Tempel steht zwar nach 3500 Jahren noch immer hier, aber die meisten Bilder und Statuen der großen Königin wurden kurz nach ihrem Tod zerstört. Thutmose III. wurde 1483 v. Chr. Pharao von Ägypten. Er war überzeugt davon, seine Stiefmutter hätte nie Pharao werden sollen. Nachdem er also selbst regierte, bestand er darauf, jedes Abbild der Königin aus ihrem eigenen Tempel zu entfernen. Aber die Zeit war der größte Feind der Tempelanlage. Spätere Generationen zerstörten die Gesichter der Skulpturen und Erdbeben ließen Mauern und Säulen einstürzen. Im 20. Jahrhundert schließlich war Hatschepsuts schöner Tempel in traurigem Zustand. Pflastersteine hatten sich gelöst, riesige Steinhaufen der zusammengebrochenen Balustraden lagen überall herum. 1960 finanzierte die ägyptische Regierung ein Restaurierungsprojekt mit einer Gruppe polnischer Ägyptologen. Es wurde ein Beispiel für internationale Zusammenarbeit. Wichtige Teile des Tempels, besonders auf der dritten Terrasse, lagen in Trümmern verstreut wie Kinderbauklötze. Diese Steine mussten zuerst zugeordnet und nacheinander wieder an ihren Platz gebracht werden. Wir konnten Tempelbezirke betreten, die seit mehr als 30 Jahren gesperrt waren. Das war eine seltene Gelegenheit, sich die Restaurierungsarbeiten aus der Nähe anzusehen. Alte Methoden werden angewandt, um die fehlenden Teile zu ersetzen. Steine werden aus den ursprünglichen Steinbrüchen geholt und hierher nach Der-el-Bachri gebracht. Obwohl tausende von Jahren zwischen den ägyptischen Steinmetzen von heute und den früheren Handwerkern liegen, wird heute noch genauso viel Sorgfalt und Liebe zum Detail sichtbar. Jeder dieser Steine muss von Hand behauen und von Hand zugerichtet werden, bis er genau passt. Und wenn es soweit ist, muss er Schritt für Schritt über diese Rampe auf die oberste Terrasse geschafft werden, die zum ersten Mal seit der Antike wieder im ursprünglichen Zustand sein wird. Hunderte von Männern arbeiten hier. Sie können sich vorstellen, wie in der Antike Tausende Seite an Seite in der Hitze gearbeitet haben, um dieses großartige Monument fertigzustellen. Bedingt durch die begrenzten Mittel gibt es hier keine modernen Maschinen. Die Arbeiter müssen sich deshalb mit den schweren Lasten abquälen. Um einen Rhythmus zu finden, singen sie ein Loblied auf den Propheten Mohammed. Das ist ein Loblied auf den Händen, das ist ein Loblied auf den Händen und das ist ein Loblied auf den Händen.